Willkommen zum letzten Teil der Q&A. Ich werde versuchen, alle noch wichtigen ausstehenden Fragen, alle übergreifenden Fragen, themenübergreifenden Fragen in diesem Video noch dran zu nehmen. Ich möchte mich jetzt schon bei Leuten entschuldigen, deren Fragen nicht berücksichtigt wurden. Denn es werden sicherlich einige sein. Wie gesagt, ich habe jetzt probiert, wirklich so die für mich interessantesten Fragen noch rauszufiltern, wo ich sage, hey, da kann ich vielleicht auch was Interessantes dazu sagen. Die ersten Fragen, mit denen ich beginnen möchte, sind tatsächlich gleich dreierlei und beginnen mit der Frage, wie könnte man den Filmmarkt verbessern oder retten? Das ist auch so ein Wort, das ich oft gehört habe. Wie kann man diesen Markt noch retten? Weil er steuert auf den Abgrund zu. Das wird dreierlei sein. Einmal Filme, einmal Anime, einmal Videospiele. Wir beginnen jetzt mal mit Filmen. Wie kann man den Filmmarkt retten oder wie kann man den Filmmarkt verbessern? Ähm, ist nicht ganz so easy, ist aber für mich leichter zu beantworten, als wie kann man die Videogame-Industrie noch retten. Ähm, das Problem, abgesehen davon, dass wahrscheinlich Sony oder die Filmsparte von Sony und Paramount pleite gehen werden, abgesehen von dieser schon mal initialen Problematik, Ähm, haben alle anderen Publizisten das Problem, also mit Ausnahme von A24 Pictures, würde ich jetzt mal sagen und ähm, bei Lionsgate bin ich mir nicht so sicher. Aber alle anderen, also Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox, haben so das Problem, sie wollen zu sehr Disney sein. Das ist das Problem, das mittlerweile alle Studios gemeinsam haben. Weil die Idee von Disney ist und aufgrund ihrer Qualitätskontrolle, die ihnen ja so wichtig ist, können sie sich das auch leisten. Und zwar, dass sie nur vielleicht so acht Filme im Jahr rausbringen. Dafür ist Disney berühmt-berüchtigt. Sie bringen ungefähr, wie ich gesagt, zuzwischen, ich sag mal, fünf und zehn Filme im Jahr raus. Gut, jetzt dank Marvel und Star Wars sind es natürlich mehr geworden, aber früher waren es vielleicht nur so fünf Filme. Aber die sind qualitativ so hochwertig, dass dieses Portfolio auch für sich sprechen kann im Jahr. Jeder dieser Filme ist wichtig. Jeder dieser Filme hat eine Essenz zu sich als Publikation dieses Jahr. Und aufgrund dessen kann Disney sagen, okay, wir flanschen auch das ganze Marketingbudget dann in diese Filme rein. Wir bewerben die groß. Und dafür hat eigentlich dann jeder dieser Filme so, weißt du, eine Milliarde Dollar Return internationally. Und das ist so die Schiene, die jetzt Disney gefahren hat. Und da Disney ja jetzt bis zu einem Drittel des gesamten Filmmarktes dominiert mittlerweile, sagen sich natürlich alle, okay, da müssen wir natürlich auch raufspringen. Warner Brothers ist, denke ich, so der größte Verfechter, der jetzt sagt, okay, wir nehmen immer weniger und weniger Eier in unserem Korb, um ihn voll zu machen, dafür werden diese Eier größer. Wir versuchen, das Budget für einzelne Filme noch weiter aufzublasen, die noch größer zu machen, die einer noch weiteren Zuschauer schafft und eventuell auch dem chinesischen Markt dann zu öffnen und da die große Kohle einzufahren. Und jeder ist hinter dem neuen Jurassic World her. Jeder will da den nächsten abgreifen. Jeder will da den nächsten Film mit eben über eine Milliarde internationally return finden und züchten. Und ich würde einfach empfehlen, ein bisschen mutiger zu sein. Ich würde einfach empfehlen, nicht etablierten Franchises hinterher zu jagen, die irgendwann den Geist aufgeben werden, wie wir jetzt bei Paramount in dem Transformers Franchise dieses Jahr gesehen haben. Sondern ich würde versuchen, darauf bedacht zu sein, neue Franchises zu kreieren. Versucht es, das nächste Star Wars zu kreieren. Das wäre durchaus möglich. Und ich denke, da draußen gibt es sogar schon das nächste Star Wars irgendwo auf dem Blatt Papier. Und es müsste halt nur noch verfilmt werden. Das wäre in meinen Augen durchaus möglich. Aber grundsätzlich möchte ich zumindest sagen, und Leute werden mir dafür den Kopf abhacken. So wie es Studios in der heutigen Zeit praktizieren. Dass sie versuchen, aus allem ein Universe zu machen. Das Dark Universe von Universal. Oder dass sie jetzt dann vielleicht sogar versuchen, das doofe Fast and Furious Franchise auszubauen. Oder eben das Marvel und DC Universe. Um ganz ehrlich zu sein. Ich sage, Leute werden mich dafür lünchen. Ich finde, das ist schon mal der erste richtige Schritt. Versucht es aus den Franchises, die ihr habt, wirklich etwas Größeres zu machen. Das ist ja beispielsweise das Problem, das so... Erinnern sich Leute noch an den Ben Affleck Daredevil Film und so Zeug? Das ist genau das Problem von solchen Franchise Filmen damals gewesen. Sie haben dieses riesige, etablierte, ausführlichst, minutiös geschriebene Franchise gehabt. Mit so vielen verschiedenen Ideen und so vielen verschiedenen Figuren. Oh, lass uns da einen Film draus machen. Das war einfach so dämlich und hat viele Filme zerstört, muss man wirklich sagen. Die eigentlich Potenzial gehabt hätten, dich in ein größeres Universum einzuführen. Und in der heutigen Zeit haben sie das, glaube ich, alle kapiert. Wenn du ein Franchise hast, dann musst du auch wirklich dem Material gerecht werden. Also in der Länge des Films, in der Ausführlichkeit, wie tief du in die Materie einsteigst. Und dass du Leute nicht überforderst, sondern dass du, genauso wie Leute, die meinetwegen schon mit den Comics anfangen, dass du auch in Sachen Film diese Leute einfach eine Easy Time gibst, das alles zu verstehen und das alles einzusaugen, was dieses Universum und was diesen Charakter eigentlich ausmacht. Ich glaube, das haben alle mittlerweile relativ gut kapiert. Das trägt natürlich mal mehr, mal weniger Früchte. Also das Godzilla-Franchise zusammen mit King Kong, das weiß ich jetzt nicht, wie weit das jetzt so auf der Kippe steht. Also King Kong, also Kong Skull Island oder wie er hieß, war ja eine ziemliche Nullrunde dieses Jahr für Warner Brothers. Ich glaube, Godzilla 2014 ging auch nicht so gut, wie sie erwartet hatten. Also da ist das Ganze noch auf der Kippe. Das Dark Universe von jetzt eben beispielsweise Universal ist auch fraglich, ob das auf die Beine kommen wird. Mami war jetzt auch eine ziemliche Nullrunde. Und das tolle Ghost Course Franchise von Sony ist ja eine absolute Totgeburt gewesen. Erinnern sich Leute da überhaupt dran, dass tatsächlich Sony aus den All-Female-Ghostbusters ein Universe bilden wollte? Ja, nicht alles ist Gold, was glänzt. Aber ich finde beispielsweise, dass 20th Century Fox auf dem richtigen Weg ist. Ich finde es nicht gut, dass sie jetzt das First-Class-Universum noch beenden mit diesem Dark Phoenix-Sophie-Turner-Film, den eigentlich keine Sau sehen will. Also sie sind auf dem richtigen Weg, indem sie sagen, wir wollen jetzt die New Mutants machen. Und insofern, ich finde Hollywood ist da auf dem richtigen Weg. Leute können mir jetzt da die Kehle durchschneiden, meinetwegen. Das ist meine Meinung. Hollywood ist so grundsätzlich auf jetzt einem etwas besseren Weg in die Zukunft, glaube ich. Ja, ansonsten, wie könnte sich der Anime-Markt verbessern? Das ist der einfachste Kandidat von diesen dreien, würde ich sagen. Der Anime-Markt könnte sich in zweierlei Punkte verbessern. Erstens, die Produktpalette verringern. Für Leute, die das nicht wissen, in Japan, also wenn wir jetzt sagen, OVAs, Filme, Serien, Specials und so weiter, erscheinen jedes Jahr an die ungefähr 250 Anime in Japan. Es ist total crazy. Und von diesen 250 Anime kommen vielleicht gerade mal 50 Anime rüber zu uns in den Westen und von diesen 50 Anime sind vielleicht 25 gut. Also so schaut ungefähr die Bilanz aus. Also, wie gesagt, man könnte die Qualität schon mal verbessern, indem man sagt, wir reduzieren die Produktpalette. Es gibt so viele Anime, die überhaupt keinen Appeal haben, außerhalb Japans, also im Westen. Jetzt sagen natürlich Leute, ja gut, aber diese Anime haben ja anscheinend Daseinsberechtigung und es gibt ja anscheinend genügend Leute, die das gucken, um eben noch wieder die Kohle reinzubekommen. Dann würde ich halt den Japanern einfach allgemein irgendwie mal empfehlen, ihre Qualitätsansprüche etwas hochzuschrauben. Das ist schon mal der erste Punkt. Aber ich denke, der zweite Punkt ist, in dem man Anime retten könnte, es wäre einfach wirklich toll, wenn sich Japan von seinen ureigenen Folklore-Themen trennen könnte. Das wäre wirklich eine super Sache. Ich meine, es gibt genügend Anime, wie beispielsweise Bakemonogatari oder bis zu einem gewissen Grad sogar auch eben Evangelion, die das hernehmen, ja, dieses Etablierte, dieses, oh, okay, auch Shinji muss jetzt zur Schule gehen und drehen das Ganze um. Oder auch Madoka Magica hat ja das Sailor Moon Franchise genommen und das auf den Kopf gestellt und eine Dekonstruktion gebildet. Anime müssen jetzt nicht alle eine Dekonstruktion sein, weil sonst haben wir irgendwann so Sachen wie Rassefond, die dann eigentlich die Dekonstruktion auch wieder nur versuchen zu kopieren. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Aber was ich empfehlen würde, einfach Themen zu nehmen, wie Berserk, Trigon, Cowboy Bebop, weißt du, eben diese 90er-Jahre-Anime. Einfach sich mehr so allgemeingültigen Themen, allgemeingültigen kulturellen Themen zu widmen. Schau dir beispielsweise die Dark Souls-Serie an. Wenn du dir die Dark Souls-Serie anschaust, glaubst du auch nicht unbedingt, dass das jetzt von Japanern gemacht ist, das Spiel, richtig? Und das wäre einfach toll. Japanische Folklore ist ja vollkommen in Ordnung. Und sie ist zu einem gewissen Grad sogar auch in Dark Souls mit dabei, habe ich das Gefühl. Aber du kannst nicht jeden Anime über japanisches Schulleben machen. Es ist einfach so verschwendete Zeit der Animatoren, weil den Animatoren ist es egal, ob sie jetzt ein Klassenzimmer zeichnen müssen oder irgendeine abgespacede Fantasy-Welt. Es ist der gleiche Aufwand oder, naja, nicht der gleiche Aufwand. Es ist schon ein bisschen mehr, sich irgendwie eine Alien-Welt ausdenken zu müssen oder so. Ja, aber der mechanische Aufwand, das zu zeichnen, ist letzten Endes eigentlich der gleiche. Und insofern wäre es halt wirklich toll, wenn man einfach mehr in andere Welten abdriften könnte. Wie beispielsweise eben Attack on Titan oder One Punch Man oder My Hero Academia oder so ein Zeug. Und ich denke mir, warum geht das nicht? Warum muss alles in japanischen Schulen stattfinden? Ich verstehe absolut, dass die Schulzeit für japanische Kinder und Teenager einen wesentlich essentielleren Teil ausmacht im Leben als eventuell im gesamten Rest der Welt. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber deswegen musst du doch nicht das alles in Anime wiederverwerten. Weißt du, ich habe das Gefühl, Anime mehr als alles andere ist so eine rückwirkende Therapie für Leute in Japan. Anstatt, dass es eigentlich Entertainment mit interessanten Storys ist. Also das wäre so meine Idee, wie man den Anime-Markt retten könnte. Wie könnte man die Game-Industrie retten? Ich habe das Gefühl, der Game-Industrie geht es jetzt immer besser und besser. Aber ich sehe diesen Erfolg nur auf kurze Zeit gerechnet. Denn das Problem ist, ich habe das Gefühl, die Gamer-Community wird immer älter und älter. Aber das spiegelt sich jetzt auch so ein bisschen wieder, finde ich, in den Spielen, die veröffentlicht werden. Es sind immer mehr und mehr erwachsenere Spiele oder Spiele, die die Nostalgie ansprechen. Anstatt, dass es Spiele sind, die wirklich eine neue Zielgruppe ansprechen. Also das Gefühl habe ich zumindest. Vielleicht täusche ich mich da. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Nintendo Switch jetzt relativ ordentlich geht. Weil es auch eigentlich wieder vermarktet wird als Kiddy-Konsole. Was ist so ein bisschen als Einstiegsdroge, um Leuten Gaming näher zu bringen. Und ich denke, das ist der Grund, warum Nintendo Erfolg feiern kann. Weil die PlayStation 4 und die Xbox One bieten das nicht mehr. Das ist so für die Core-Gamer, die bereits etabliert sind. Neue Leute, habe ich das Gefühl, kommen da nicht mehr richtig rein. Vielleicht täuscht mich da auch. Das ist der Eindruck, den ich jetzt so ein bisschen habe. Ich habe das Gefühl, neue Leute zocken entweder mittlerweile auf dem PC. Und auch ein Thema Steam, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Steam ist eine gute und eine schlechte Sache. Die zocken entweder auf dem PC oder Handy Games umsonst, gratis, ja, auf dem Tablet. Oder, na gut, wir hatten heute schon noch ein Tablet auf dem iPhone. Oder am Smartphone allgemein. Und darin sehe ich halt ein großes Risiko. Ich befürchte halt, dass richtige, etablierte, ausgefertigte Spiele irgendwann verloren gehen werden. Die Frage ist dann auch wiederum, wie schlimm ist das wirklich? Weil in der heutigen Zeit sehe ich eigentlich mehr und mehr und mehr Spiele nur noch, die eigentlich keine wirkliche Experience mehr sind, sondern nur noch eine Aneinandersammlung von Assets. Stichwort GTA. Klar, GTA hat eine Story. Klar, GTA hat einen Weg, wie du das Ganze als Experience auffassen sollst. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Riesen-Asset-Fest, habe ich das Gefühl nur noch. Oder die Saints Row-Reihe ist ja da ganz, ganz schlimm. Wo, oh, du kreierst deine eigene Experience, anstatt dass wir wirklich versuchen, als eine wirklich wertvolle und minutiös gecraftete Experience und Welt dem Spieler an die Hand zu geben. Also vor allem das Assassin's Creed-Franchise ist da ja ganz, ganz schlimm. Und sonst diese Riesen-Open-World und verbringst eigentlich 90% der verfickten 60 Stunden oder wie lange du diesen Dreck dann spielst, damit von Punkt A nach zu Punkt B zu laufen. Also das ist, es ist wirklich furchtbar. Und anhand dessen frage ich mich dann schon, wie schlimm ist es, wenn diese Gattung und diese vermeintliche Qualität an Gaming-Experience ausstirbt und Wege macht zu vielleicht kürzeren Experiences. Experiences, die vielleicht nur noch vier oder fünf Stunden dauern. Aber dafür wirklich tight sind in dem, was du erlebst. Also da gibt es noch so viele offene Fragen, was man aus Gaming und der Gaming-Experience noch rausholen kann, dass ich jetzt mir noch nicht so sicher bin. Auf jeden Fall hat Steam im Moment ein Riesenproblem. Steam war wirklich mal eine fantastische Plattform für fantastische Indie-Games. Und ich habe das Gefühl, auch das ist mittlerweile bedroht. Denn Steam ist mittlerweile komplett zugemüllt mit sogenannten Asset-Flips. Dass du dir einfach schon fertig gebaute minimalistische Spiele nimmst und einfach irgendwie neue Texturen austauschst im Programmier-Code und das dann als neues Spiel irgendwie verschippst. Also Valve ist da auf jeden Fall in der Verantwortung und man kann mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, hey, ihr baut da einen Riesenhaufen Scheiße, Valve. Macht's das mal besser. Und es ist bisher immer noch nichts geschehen. Steam wird immer weiter zugemüllt. Das ist wirklich schade. Weil ich habe das Gefühl, dass wirklich tolle und interessante Indie-Devs nicht mehr auf ihre Kosten kommen über diese Plattform. Und das finde ich super, super traurig. Deswegen, also die Gaming-Industrie ist gerade so ein bisschen, weiß nicht so, es ist so auf Messerschneide, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergehen wird. Wie komme ich zu meinem Filmwissen, das ich akquiriert habe über die Jahre? Ich kann Leuten jetzt nicht so eine definitive Guideline mit an die Hand geben. Schaut es euch einfach ganz, 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 ganz viele Kritiken an. Also bei mir lief das Ganze so. Ich habe ja angefangen, was ich heute nicht mehr empfehlen würde, mit Channel Awesome. Also mit solchen Leuten wie Doug Walker und dem Nostalgia Critic. Also ich bin jemand, der auf jeden Fall angefangen hat mit vielen schlechten Filmen. Weißt du, ich habe mir angeguckt, wie sich Leute über schlechte Filme lustig machen. Und habe dann versucht zu kapieren, okay, was ist erstmal überhaupt ein schlechter Film? So blöd das jetzt klingen mag. Aber ich habe erstmal versucht, da so die Essenz zu finden. Was macht eigentlich einen schlechten Film aus eigentlich? Das waren so meine Anfänge. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen weitergetrieben mit der Red Lighter Media Kritik zu den Star Wars Prequels. Würde ich absolut jedem empfehlen. Weil diese Videos haben sich ja zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, wie schlecht die Prequels sind. Und es war vor allem interessant für jemanden, der die Prequels zu diesem Zeitpunkt, als ich das Video gesehen habe, eigentlich, ich habe die relativ gemocht. Also, ich mochte The Phantom Menace. Ich fand jetzt, ja, Attack of Clones fand ich jetzt nicht so prall. Aber, wow, Star Wars Episode 3 war so toll mit General Grievous. Und, ähm, das war ein interessantes Experiment. Ähm, so jemanden wie mich zu überzeugen. Hey, nee, die Prequels sind echt ein Haufen Scheiße. Und es hat funktioniert. Ähm, diese Videos sind, sind so toll erklärend darin, wie komplett unsinnigerweise die Star Wars Prequels mit etablierten, ähm, wie soll ich sagen, mit einfach etabliertem Brechen in der Filmszene und wie Filme gemacht werden, was sie zu komplett unverständlichem Blödsinn machen. Ähm, der keine Konsistenz hat, der keine wirklichen Stakes hat, der einfach eine blödsinnig aufgebaute Story ist, die nicht eben die gleichen Qualitäten bieten kann, wie die, äh, alten Teile, wie Star Wars Episode 4 bis 6. Ähm, das war toll aufbereitet. Das war so toll aufbereitet, dieses Video, dass sogar ich jemand, der, der Star Wars Episode 1, also erstmal eigentlich als relativ entertainenden Film empfand, sogar kapiert hat, warum das objektiv kein guter Film ist. Und das war fantastisch. Also, das war wirklich fantastisch, sich das anzuschauen. Fantastisch, diese Experience durchzumachen. Fantastisch, da dazulernen zu können. Und ich denke, äh, um, um mein Filmwissen zu akquirieren, muss man einfach verstehen lernen, wie Filme funktionieren. Wie funktioniert CGI? Wie funktionieren Sets? Wie funktionieren Composite Shots? Äh, wie kreiert der sogenannte Voli-Sound eigentlich erst die ganze Atmosphäre eines professionellen Produktes, eines professionellen Films? Das heißt, dieses Hollywood-Feeling, diese Intensität in der Atmosphäre, das, äh, kann man alles lernen. Da muss man sich einfach Tutorial-Videos anschauen. Da muss man einfach nur sehr, sehr aufmerksam sein, wenn man Filme sieht. Und dann, dann, dann kriegt man das hin. Ich würde sagen, dann kriegt man das hin. Also, da kann man dann eventuell ein wesentlich, ähm, besserer Filmkritiker werden, als ich es war. Ähm, eventuell zu meinen Best-Zeiten sogar. Also, das, äh, ist durchaus möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Das schafft jeder. Bin ich mir absolut sicher, dass das jeder schafft. Wenn ich zurückgehen könnte, äh, äh, was hätte ich dann von Anfang an anders gemacht in meinem Kanal? Also, was, was würde ich jetzt jemandem empfehlen, der jetzt neu anfängt mit so einem Kanal wie meinem? Also, ich denke, der große Fehler, den ich begangen habe, ist, dass ich nicht von Anfang an qualitativ hochwertige Videos, ähm, gebracht habe. Also, du musst wirklich von Beginn an ein professionelles Auftreten pflegen. Ich denke, das war mein Fehler. Ich dachte, ich könnte auf YouTube anfangen und mit Leuten wachsen. Das war so meine Idee. Ich dachte, ich könnte so, weißt du, erstmal, ha, Leute, jetzt, jetzt erleben wir zusammen, äh, sozusagen meinen Weg da nach oben zu einem professionellen Filmkritiker. Und das war eine grauenhafte Idee von mir. Das war wirklich dumm und naiv. Und ich sehe mittlerweile ein, dass das so nicht funktioniert. Wenn ich meinen Kanal direkt gestartet hätte, nur mit aufwendig geskripteten Videos und hier und da ein paar Vlog-Kritiken, ich glaube, dann hätte ich mehr Erfolg mit diesem Kanal feiern können. Denn so hielten mich, glaube ich, immer, oder hielten mich immer die Fanbase zurück, größer zu werden, die eben meine Vlog-Kritiken gewohnt war. Die sagten, wir sind hauptsächlich hier wegen den Vlog-Kritiken. Das sind wir gewohnt. Äh, davon wollen wir mehr. Dafür sind wir Subscriber geworden. Ähm, ich denke, das war ein riesengroßer Fehler von mir. Ich hätte mir wirklich gleich einen ordentlichen PC kaufen sollen, gleich mir so eine Studio-Ecke hier einrichten sollen. Und ich glaube, dann hätte ich größere Erfolge auf YouTube feiern können. So hat mich, ähm, haben mich meine alten Fehler von früher immer zurückgehalten. Äh, das würde ich anders machen, wenn ich nochmal anfangen dürfte. Finde ich, dass man Filme objektiv bewerten kann. Ähm, also man kann zumindest die Professionalität eines Films objektiv bewerten. Ähm, erneut, ich kann Leuten nur die Hand geben, wie ich das mache. Ich bewerte Filme absolut subjektiv. Ich bewerte objektiv, was der Film zu bieten hat. Also man kann ja drauf gucken und schauen, ah, okay, das ist vorhanden, diese Ideen hatte der Film und so und so hat er sie ausgeführt. Ähm, da ist er vielleicht nicht weiter in die Tiefe gegangen, was ich jetzt schade finde. Und subjektiv kann man dann sagen, hat mir das gefallen oder nicht. Ähm, also, wie gesagt, deswegen, ähm, gibt es Filme, die, ich meine gut, es gibt natürlich objektiv wirklich katastrophal schlechte Filme, wie jetzt beispielsweise den neuen Resident Evil. Ähm, klar. Ähm, es gibt auch Leute, die finden den gut, aber nur weil sie es nicht besser wissen. Aber dann gibt es Filme, wie beispielsweise, ich würde jetzt mal sagen, Interstellar, der bietet dir einfach objektiv was und dann gibt es Leute wie mich, die sich daraus nichts Entertainendes ziehen können und es gibt Leute, die, äh, haben da eine, eine meistervolle Experience durch das, was der Film ihnen an die Hand gibt, ja. Da geht es dann nur noch rein um Subjektive, weil der Film bietet dir auf jeden Fall eine Palette an interessanten Ideen. Und die Frage ist, was kann man draus machen? Und, ähm, so handhabe ich das. Also, es ist eine Mixtur. Du kannst jetzt einen Film nicht objektiv bewerten, aber du kannst objektiv dir raussuchen, was hat der Film objektiv zu bieten. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ob du das dann gut oder schlecht findest, das ist dann natürlich wieder eine komplett subjektive Meinung. Warum habe ich mich nie zu Serien geäußert? Ähm, ganz simpel und einfach aus dem Grund, weil ich kann mit dem Konzept von amerikanischen Serien nichts anfangen. Es gibt nur ein paar, äh, also, Hannibal war beispielsweise super, The Walking Dead hat mir bis zur fünften Staffel sogar gefallen. Ähm, allgemein bin ich kein Fan von amerikanischen Serien, weil amerikanische Serien verfolgen alle den Tenor. Wir versuchen diese Serie so lang gehen zu lassen wie möglich. Weißt du, wir versuchen gar nicht ein Ende zu kreieren für die Serie, sondern das muss so lang gehen wie irgend möglich. Das ist der Tenor. Und das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Weil wir dann irgendwann sowas haben wie Dexter. Und zwar, dass die Autoren überhaupt keinen Plan mehr haben, was sie da eigentlich machen. Und, äh, die letzte Season dann eine ziemliche Katastrophe zum Ende ist mit einem total unbefriedigenden Ende. Ähm, ja, das hast du dann im schlimmsten Fall am Ende. Und, ähm, das Problem ist einfach, dass all diese amerikanischen Serien einfach nicht zum Punkt kommen. Ähm, es ist ein rummeandern ohne Ende. Ähm, jede Serie, äh, jede Serie, jede Staffel hat nur so ein einziges Highlight. Ähm, weil mehr möchte man sich noch nicht wegnehmen an Ideen, die man vielleicht für die kommenden 13 Staffeln hat. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, deswegen konsumiere ich auch nicht unbedingt Staffeln. Und das Problem ist, in Serien musst du immer up-to-date sein. Weißt du, ich meine, Leute sind da, Leute sind da, die richtigen Serien-Junkies, schauen da Episode nach Episode, up-to-date, äh, und das mach ich nicht. Ich kauf mir, wenn dann, eine Serie in einer Staffel und mach dann ein Binge-Watch die ganze Staffel lang. Ähm, also da, glaube ich, kommen wir einfach nicht zusammen. Ähm, deswegen hab ich's einfach gelassen. Ganz simpel und einfach. Äh, mit welchem Filmemacher oder Schauspieler und so weiter würde ich mich mal gerne unterhalten? Ähm, das ist, das ist eine nette Frage. Ich glaube tatsächlich, da werden jetzt Leute vom Stuhl fallen, ich glaube tatsächlich, ich würde mal gerne ein Gespräch haben mit, äh, Arnold Schwarzenegger. Ähm, weil ich glaube, dass dieser Mann viel Interessantes zu sagen hätte, wenn er die richtigen Worte dafür findet. Ich finde das absolut faszinierend. Also so das, 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 das Leben, das Leben einfach von ihm. Äh, bekannt geworden durch eigentlich totale Schlockfilme, in denen er doch ab und an so ein verkapptes Meisterwerk landete, wie jetzt die Terminator, also zumindest Terminator 1 und 2 und eventuell auch, äh, Conan the Barbarian und so. Und wie, 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 wie kommt man damit klar? Wie, wie verarbeitet man das? Und wie kann es sein? Und wie, wie kann es passieren, dass man dann so eine schlockige, Popularität bekommt, in ein, ein Gouverneursamt gewählt zu werden? Wie, 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 wie managt man das? Wie, wie kommt man damit zurecht? Und mich wird dann auch, äh, als jemand, der ja als Mr. Universe, äh, gefeiert wurde, wie, 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 so hat er dann seine wirklich, also potthässliche, ähm, 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 äh, Putzfrau gefögelt und mit der eine Affäre angefangen und, weißt du, falls Leute die Story kennen, also ich hab's auch nur so am Rande mitbekommen, wo ich mir dann denk, warum, 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 du der Typ, der könnte doch Supermodels vögeln, warum ist, 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 ist jetzt so eine Affäre notwendig mit, mit wirklich, wie gesagt, so einer potthässlichen Frau, äh, das ist echt, was, was hat's damit auf sich? Geht's da dann irgendwie darum, sich selber irgendwie im Haushalt nochmal zu beweisen? Äh, haben ihnen all diese Schlockfilme irgendwie das Hirn zerfressen? Also das sind, oh Gott, das ist so faszinierend, das Leben von diesem Mann und ich glaub, ähm, da würde ich gerne mal ein Gespräch zu haben, das, das fände ich, fände ich super faszinierend. Ich glaub, dieser Typ hätte, äh, richtig interessante Sachen zu sagen und mich würde's auch interessieren, wie, wie ist das, wenn man so ein, ne heißt, politisch professionelles Gouverneursamt mal innehatte und dann kehrt man wieder zurück zu diesen Schlockfilmen. Das ist, das ist so crazy und, äh, ich, ich glaube, da würde ich mal gerne ein Gespräch führen. Das, glaub ich, wäre wirklich, äh, das, glaub ich, wäre echt, ähm, hochinteressant. Also zumindest für mich. Äh, wenn ich das Geld hätte, welches Franchise, äh, würde ich dann gerne mal verfilmen oder eine Serie draus machen oder was auch immer? Ähm, das ist ganz easy peasy. Also wenn ich die Kohle hätte, würde ich auf jeden Fall eine Filmreihe zu Blam machen. Blame, Ausrufezeichen, schreibt man das. Äh, das ist so ein, das ist so eine Manga-Reihe, die als absolut unverfilmbar gilt. Ähm, ist einer der besten Manga, die ich je gelesen hab. Ist fantastisch gezeichnet. Gut, naja, fantastisch gezeichnet in einigen Aspekten. Ähm, zu Tomo Nihei, der, äh, Manga-Card der Reihe, ähm, kann nicht gescheit Proportionen und Gesichter hinkriegen, aber die Texturen von ihm sind, äh, äh, atemberaubend. Und, ja, also Blam wäre wirklich super, weil wir hatten ja dieses Jahr einen von Netflix gesponserten 3D-Film dazu. Der war schon gar nicht so schlecht, um ganz ehrlich zu sein. Der war echt in Ordnung, aber man kann es noch besser machen und man müsste es vor allem in 2D machen, das Ganze. Und ich glaube, da könnte man, also ich könnte mir den Film so im Style von Redline vorstellen, weißt du, mit total so, so harten Filzschatten. Ähm, das wäre, das wäre klasse. Ich glaube, da könnte man echt was draus machen. Und das wäre eine tolle Angelegenheit. Also Blam, das wäre klasse, wenn man das mal umsetzen könnte. Das würde ich gern umsetzen. Ähm, da könnte man eine ganz, ganz tolle Filmreihe draus machen. Also ich glaube, so in 3 Filmen oder so könnte man eventuell den ganzen Plot unterkriegen. Ja, das glaube ich wäre durchaus möglich. Ähm, ja. Also so viel dazu. Äh, die nächste Frage, werden wir, äh, entweder das Video nochmal bekommen, äh, oder werden wir noch einen Nachfolger bekommen zu, äh, den Top 10 Pornodarstellerinnen oder so, wie ich es damals genannt habe. Ähm, ich möchte es jetzt noch nicht bestätigen, aber ich möchte es auch nicht unbedingt verneinen. Es ist durchaus möglich, dass ich so ein Video nochmal mache. Äh, das alte Video werde ich definitiv nicht nochmal hochladen, weil das war etwas, äh, unprofessionell, sage ich mal. Sollte ich so ein Video nochmal machen, werde ich das wirklich tatsächlich skripten und nicht aus dem FF einsprechen. Das, wie gesagt, war ein bisschen unprofessionell für das doch, äh, frickelige Thema, das ich da angesprochen habe. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass da nochmal ein Video dazu kommt, aber hofft's auch nicht drauf, dass nochmal ein Video dazu veröffentlicht wird, okay? Okay. So, was halte ich von Verschwörungstheorien? Äh, eine der letzten Fragen. Das fand ich aber auch echt total interessant, denn... Also, was Leute meinen ist so, äh, Kubrick hat in The Shining insgeheim die, die, die Botschaft versteckt oder halt, äh, preisgegeben, dass die Mondlandung ein riesen Fake war und solche Geschichten. Und das ist sehr interessant, denn ihr seid, äh, jetzt eventuell seit Jahren zuschauen, von jemandem, der früher tatsächlich mal ein überzeugter 9-11-Trufer war. Ähm, das gebe ich jetzt in aller Ehrlichkeit zu, aber ich bin's jetzt nicht mehr. Ich bin überhaupt kein Verfechter von Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Ähm, warum nicht? Äh, ganz simpel und einfach aufgrund dessen, also im 9-11-Fall, weil mir einfach genügend Beweise, ähm, geliefert wurden, die zeigten, dass, nein, es war kein Inside-Job. Ähm, es gibt immer noch, es gibt immer noch viele Aspekte von 9-11, die einfach nicht aufgeklärt worden sind. Was ist mit dem WTC-7? Also dieses Nebengebäude der Twin Towers, das eingestürzt ist ohne ersichtlichen Grund. Was ist damit? Äh, diese Passports, die, äh, komplett unbeschadet irgendwie inmitten dieses riesen Aschehaufens gefunden wurden und dann bestätigt hat, haha, das waren wirklich, äh, Iraker oder was auch immer, ähm, die da, das Flugzeug geflogen haben. Das, ja, also, was halt dann auch als Grund galt, äh, diese Invasion, ähm, vorzunehmen, äh, was ja dann auch über die NATO, glaube ich, auch abgesegnet wurde. Also das sind alles so Sachen, die schon stutzig machen, aber ich bin niemand, der jetzt sagt, äh, oh, das, das wurde mit, äh, Sprengstoff in die Luft gejagt, das World Trade Center und, oh, Kerosin kann Stahl nicht schmelzen. Ja, aber es kann den Stahl aber so einweichen, dass er nicht mehr hält. Und wir sprechen hier vor allem über ein Haus, in dem ein verficktes Flugzeug reingeflogen ist. Also insofern, ähm, wie gesagt, mir wurden da genügend Beweise geliefert, die gezeigt haben, nein, äh, das offizielle Statement, äh, ist zumindest halbwegs so zu glauben, wie es bisher amerikanische, äh, Forscher und Wissenschaftler uns präsentiert haben. Ähm, aber es gibt halt immer noch viele ungelöste Fragen, die das jetzt aber nicht zu einem Inside-Job machen. Beispielsweise jetzt nur, aber allgemein, äh, ist das Problem mit Verschwörungstheorien, dass es, es ist einfach offensichtlich, was es ist, ähm, du kommst dir halt ganz toll vor, weil du bist jetzt einer der wenigen Außerlesenen, die so clever sind, dass sie jetzt die Wahrheit über das Ganze jetzt herausgefunden haben. Und das, ja, das ist einfach Schwachsinn. Ähm, ich meine, wenn jetzt tatsächlich irgendwie die Mondlandung fake sein sollte, okay, dann sind, äh, Millionen von Media-Outlets mit involviert, dann sind, äh, hunderttausende von Wissenschaftlern und eventuell, äh, Millionen von jetzigen und ehemaligen Angestellten von NASA mit involviert, all die Leute, die vermeintlich wirklich auf dem Mond waren und immer noch leben und, ähm, ja, oder was ist die größere Wahrscheinlichkeit? Oh, ihr habt's Unrecht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die größere Wahrscheinlichkeit. Ihr, äh, 150 Leute oder so, die tatsächlich immer noch glauben, die Mondlandung ist fake. Ähm, dass ihr alle Unrecht habt, ist, glaube ich, ein bisschen höher die Wahrscheinlichkeit. Ähm, es ist einfach Orkums Razor, wie sich das Ganze gerne nennt. Ähm, wenn dir eine Situation präsentiert wird, gehe nicht davon aus, dass Absicht oder Böswilligkeit dahinter steckt, sondern, wenn wir uns den Menschen anschauen, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass einfach Faulheit und Inkompetenz dahinter steckt. Ähm, weil viele Leute werden jetzt sagen, oh, aber die NASA hat nachweislich, äh, Bilder gefakt, ähm, die sie dann der Presse weitergegeben haben und das ist richtig. Das ist absolut richtig. Die, äh, NASA, also die, die NASA, äh, äh, NASA hat tatsächlich einige Bilder, die sie auf der Erde in irgendwelchen Trainingsräumen aufgenommen haben, tatsächlich nachbearbeitet und dann als sozusagen schönes Bild an die Presse weitergegeben und ja, das sind halt einfach, wie gesagt, das sind halt einfach dumme Unvorsichtigkeiten und mehr in meinen Augen halt nicht, ähm, weil sie haben halt gesagt, oh Gott, wir, die Bilder aus dem Arsch schauen jetzt so scheiße aus. Äh, wir brauchen aber im Wettlauf gegen die Russen gutes Bildmaterial, das wirklich prall ausschaut. Okay, also dann lieber photoshoppen wir, also Photoshop gab's ja damals noch nicht, aber lieber retuschieren wir jetzt ein paar Bilder, die wir hier unten schon schön abgelegt aufgenommen haben, ähm, und geben das an die Presse weiter, äh, anstatt, dass wir diese total vermanschten Videos jetzt wirklich aus dem Ahl her nehmen, um unsere Sache zu promoten. Und das ist wirklich Propaganda und das ist, äh, einfach ein dummer Zug der NASA oder von der US-amerikanischen Regierung, die das sicherlich gepusht hat gewesen. Aber, wie gesagt, das heißt noch nicht, dass die Mondlandung fake ist. Ja, es diskreditiert die Leute bis zu einem gewissen Grad, das ist schon richtig, aber das hat noch nix mit einem irgendwie Inside-Job oder so zu tun. Wie gesagt, Leute springen da einfach viel zu schnell auf dieses Boot auf, weil sie dann meinen, super clever zu sein und mehr Ahnung zu haben als alle anderen. Und, äh, wir sehen ja bei solchen Katastrophen wie Pizzagate und solche Scheißereien, wohin das dann letzten Endes führen kann, nämlich, dass wirklich nur die größten aller Idioten diesen Schwachsinn dann noch glauben. Ähm, ähm, also insofern, ja, das ist eine Problematik in sich, aber wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage für jemanden, der selber mal drauf reingefallen ist und seinen kritischen Verstand bis zu einem gewissen Grad ausgeschaltet hat, um zu meinen, er wäre irgendwie was Besseres als alle anderen und hätte jetzt den wirklichen Durchblick, ja. Ähm, das ist, das ist nicht gut. Verschwörungstheorien, äh, ja, sind eine frickelige Angelegenheit, auf jeden Fall. Ähm, die letzte Frage, die ich noch beantworten möchte, wer gewinnt den Kampf, Marvel oder DC? Ähm, also sofern es Filme betrifft, hat Marvel gewonnen, das steht außer Frage, Disney weiß einfach besser, ähm, wie man dieses Universum aufzubauen hat. Ähm, die große Problematik in DC, das zeigt sich auch jetzt schon wieder, finde ich persönlich, anstatt, dass sie die Zeit nutzen, das Universum, das sie jetzt aufgebaut haben, im Moment auszubauen, äh, sind sie jetzt schon wieder am rumeiern mit, oh nee, wir machen jetzt irgendwie, äh, weil der Suicide Squad gehörte ja schon eigentlich nicht mehr zum eigentlichen Justice League Universum, das sie aufbauen wollten, oh, und jetzt wollen sie, weil die Justice League so gut ging, jetzt irgendwie eine Origin Story mit Jared Leto und, ähm, und, 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 ähm, Margaret Robey machen, im Suicide Squad Universum, aber als Spill-Off der Suicide Squad, wie sie beide zusammenkamen, und das war so eine Art Romance-Movie werden, und, ja, also Warner Bros. ist einfach total verplant in Sachen Filmen, wird Marvel wahrscheinlich immer als Gewinner letzten Endes dastehen. So per se, äh, habe ich keine Präferenzen. Ich finde Marvel und DC haben beide ihre Vorteile, ähm, in Sachen, also in Sachen Comics, ähm, haben beide ihre Vorteile. DC ist beispielsweise wesentlich übersichtlicher, finde ich, als Marvel. Äh, Marvel is all over the place. Äh, Marvel versucht so viele verschiedene Sachen und hat so viele kurze Comics. Äh, DC ist wesentlich, es ist darauf fokussiert, äh, Entschuldigung, äh, Comics wesentlich länger laufen zu lassen, damit es nicht so unübersichtlich wird. Also, ist schwierig, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Und zum Ende hin muss ich Leute noch enttäuschen, denn was Leute gerne, äh, gehabt hätten, war, dass ich, äh, mich, und ich glaube, ich habe sogar jemandem auf Twitter sogar versprochen, dass ich nochmal, dieses Versprechen kann ich jetzt nicht einhalten, dass ich nochmal über meine Bücher, die ich eigentlich schreiben wollte, rede. Äh, mir ist das jetzt leider einfach nicht wichtig genug. Das, das tut mir jetzt leid. Also, ähm, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr nochmal über Euphemia zu reden und, äh, Eileen war auch so eine, so eine Firefly-artige Story, die ich mal geplant hatte mit so einem riesen Universum, das ich jetzt aufgebaut, äh, gerne aufgebaut hätte. Ähm, ich bin jetzt zumindest gerade im Moment dabei, äh, ein, äh, Magic-Universum nochmal aufzubauen. Ich möchte nochmal Magic-Karten kreieren. Äh, da habe ich mich einmal an Blem orientiert und einmal an, ähm, am Dark Souls-Universum. Und, ähm, da werde ich vielleicht mich nochmal dazu melden und da nochmal erzählen, wie diese Geschichte dann funktioniert. Oder werde da vielleicht sogar nochmal ein Video machen zu meinem eigens kreierten Magic-Karten und wie die dann sich in diesem Universum einfinden. Also, ich werde, werde vielleicht doch tatsächlich mal wieder, ähm, tätig im Magic-The-Gathering-Forum in Deutschland und im MTG-Salvation-Forum englischsprachig. Weil das Wizards of the Coast-Forum, das gibt's leider nicht mehr. Äh, Wizards hat das leider, äh, eingestampft, das Forum, finde ich sehr, sehr schade und nicht schön. Ähm, ja, aber da werde ich mich vielleicht nochmal zu meinen eigens entwickelten Storys melden. Aber ansonsten, ich habe jetzt leider keine Lust, äh, äh, Euphemia nochmal, äh, mit Leuten hier zu besprechen. Ich habe eigentlich soweit alles. Also, für die Leute, die die Geschichte mal gelesen haben, ich habe da eigentlich alles soweit drin verarbeitet, wie ich es konnte, äh, und wie es mir wichtig war. Und der Rest wäre dann eigentlich nur noch ein Flashback gewesen. Und dann, boah, und jetzt bekämpfen sie sich alle gegenseitig. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, darüber zu reden. Ähm, deswegen beende ich das an der Stelle. Ich hoffe, dass ich jetzt noch einige wichtige Fragen klären konnte. Ich hoffe, dass auch jetzt der dritte Teil der Q&A-Leute noch was gebracht hat. Und ja, ja, und dann gibt es noch ein kleines Special von mir, weil nach diesem Video, das jetzt als nächstes kommt, äh, da war die Abendfrage so groß, dass ich sage, da mache ich jetzt tatsächlich ein einzelnes Video dazu. Also habt soweit einfach jetzt mal Spaß mit dem Zeug. 7 7 9 10 14 11 15 75